Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Tutorial im Giants Editor. Und ja, wie ich es in der letzten Folge schon gespoilert habe, sozusagen, werden wir heute mal die Fruchttexturen austauschen. Ich werde einige Fruchttexturen austauschen, die ich eventuell dann im Nachhinein wieder zurücktausche. Denn oftmals ist es so, dass die Texturen zwar auf einem Foto ganz cool ausschauen, im Editor selber dann aber nicht mehr ganz so. Und ja, wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich öffne hier ganz normal mein Internet Explorer und in dem Fall Chrome und gehe einfach mal auf Mod Hoster und schaue mal, was ich da so an Texturen kriege. Jetzt gehe ich hier gleich mal auf Empfehlungen und dann Maps, Gebäude und Texturen. So, und da ploppen natürlich wieder 100.000 Werbungen auf, wie ich es liebe bei Mod Hoster mittlerweile. Das ist unglaublich, wie viel Werbung da geschalten wird. So, jetzt sollte das Ganze auch gehen. Genau, und hier gibt es zum Beispiel Schema-Overlays oder eben dann auch hier reale 4K-Mais-Textur. Was ich jetzt aber als erstes mal machen möchte, weil man es da am besten sieht, den Unterschied, werden wir jetzt einfach mal die schweren und nassen Böden von Geneborg hier mit reintun in die Karte. Okay, das schaue ich mir jetzt nochmal hier an und da sieht man eben, da gibt es eine neue Saattextur, Gruber- und Flugtextur jeweils als gedüngte und als ungedüngte Variante. Und, genau, die laden wir jetzt einfach mal runter hier. Ja, ist denn das die Möglichkeit, dass da so viel Werbung kommt? So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Datei hier runtergeladen. Ich schiebe mir die jetzt nochmal schnell auf den Desktop. Und zwar Downloads und zu viel Zeug im Download-Ordner. Genau, hier haben wir sie und dann doppelklicken wir da drauf und bei Windows 10 öffnet sich dann auch das ZIP-File. Jetzt in dem Fall habe ich hier vier Dateien drin, plus bzw. und eine Installationsdatei. Okay, das Ganze müssen wir natürlich hier entpacken und dann entpacken wir das Ganze mal. Genau, dann haben wir hier den Ordner. Hier sind sogar Backup-Dateien drinnen, dass man das Ganze wirklich auch zurückholen könnte, wenn es denn falsch ist. Und hier ist eben die neuen Texturen. Die kopiere ich mir jetzt in der Form alle. Es sagt Steuerung und C in dem Fall. Und, ist das jetzt, warte ich denn da hin? Ist das der richtige? Nö, ist nicht der richtige. So, dann gehen wir in unsere Map natürlich und unter Textures, nicht Terrain, sondern Foliage. Hier sehen wir schon, hier sind auch diese ACRE oder ACRI Distance. Und hier mache ich jetzt einfach Steuerung und V und Dateien im Ziel ersetzen. So, und jetzt schauen wir einfach mal, also brauche ich ja den Ordner. Schauen wir einfach mal, wie das Ganze im Editor jetzt ausschaut. Das wird heute eher ein schnelles Tutorial. Ich werde jetzt dann noch eine Frucht dazu nehmen, dass wir nicht nur den Boden haben. Aber hier sieht man schon, da ist, wippala, na, so. Ui, ein bisschen sehr schnell. Hier haben wir jetzt die neue Textur schon drinnen. Die ist gleich übertragen worden. Und, ähm, wenn wir jetzt hier, na, Terrain Detail. Und, was war es denn für gepflügt? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Das war es nicht. Auf jeden Fall. Ja, da ist er, genau. Da ist gepflügter Boden mit, jetzt in dem Fall 45 Grad Winkel. Ja, die Pflugtextur gefällt mir nicht ganz so gut. Da werde ich mir noch eine andere suchen, ähm, beziehungsweise das Ganze mal ingame anschauen. Aber die Grobertextur gefällt mir hier ziemlich gut. Deswegen, so, und hier noch. Genau, und das ist eben die Saattextur. Und da sieht man halt wirklich bei dem Boden einen gravierenden Unterschied. Und, ähm, deswegen gefällt mir das eigentlich gut. Und, wobei eben, wie gesagt, die Pflugtextur nicht ganz mein Fall ist. Aber da muss ich mal schauen, was ich da noch so finde. So, den machen wir mal klein. Dann gehen wir noch mal in den Chrome. Gehen eins zurück. Und schauen hier mal, was wir hier noch haben. Zum Beispiel von Forgotten Plants, die Weed and Barley Textur. Die tue ich mir jetzt auch mal in dem Fall mit rein. Jetzt kriegt er mal kein Geld von mir. Ausnahmsweise. So, das mal. Ups, den brauche ich noch. Mal, na, schmauen. Den zu und den Downloads. Da ist es jetzt. So, einmal Forgotten Plants. Gleiches Ding wie der 7-Zip. Und entpacke nach Forgotten Plants. Und hier haben wir unsere Daten Maps. Und hier ist es auch schön aufgeteilt in den jeweiligen Ordner. Einmal für den Foliage-Ordner. Das können wir dann auch hier in den Foliage einfach so rein tun. Und Datei im Ziel ersetzen. Und dann haben wir hier noch den Textures Foliage. Und da gibt es auch ganz viele neue. Sogar die übernehmen wir jetzt alle. In dem Fall Textures Foliage. Wo war das jetzt schon? Ja, genau. Einfach hier oben in dem, diese Dateireihenfolge einfach nachschauen, ob ihr die hier auch stehen habt. Und dann seid ihr eigentlich richtig. So, jetzt haben wir das auch. Dann gehen wir noch mal in den Editor. Ich mache jetzt hier mal kurz Weed. Das war zu wenig. Wo ist es jetzt? Einmal Weed und einmal Barley. Dass wir hier auch sehen. Ja, wird man nicht ganz sehen. Aber merkt euch mal das Bild. Und ich mache einen Reload. Hätte man jetzt auch nur Reload Textures machen können, hätte jetzt nicht zwingend ein Reload der XML sein müssen. Nur so nebenbei. So. Und jetzt haben wir auch hier die neuen Texturen für Weizen und Gerste drinnen. Und die Log sagt in dem Fall nur, dass meine Map01DEM kaputt ist. Aber ansonsten alles soweit funktioniert. Ah, nee. Da ist die falsche. Das ist kein PNG. Das ist eine DDS. Jetzt weiß ich auch an, was es liegt. Genau. So. Das war es aber auch schon wieder englisch. Wie ihr seht, relativ easy. Das Ganze geht natürlich analog zu Gras. Und auch den Schwaden. Könnt ihr alles selber euch so anpassen, wie ihr das möchtet. Ich mache jetzt trotzdem noch mal kurz ein Reload. Der. Ah. Jetzt hat es sich geändert. Ich dachte mir nämlich gerade, irgendwie schaut das komisch aus. So. Und jetzt sind auch die Texturen drin. Man hat es jetzt gesehen, dass das Ganze umschwenkt. So. Wie gesagt, ihr könnt da euren Ideen freien Lauf lassen. Wie ihr seht, in Mod Hoster, wenn wir da mal so gucken, sind, glaube ich, allein bei den Empfehlungen schon über 20 Texturen. 31 Texturen. 31 Texturen, wobei natürlich auch andere Sachen dabei sind. Wenn ihr auf die nicht empfohlen geht, sind es 413 Texturen. Wo man einfach mal durchsuchen kann, wo man einfach mal durchsuchen kann, was man gerne hätte. Und alleine von Forgotten Plants gibt es jede Frucht einmal und sogar die ganzen Landscape Texturen gibt es neu. Also da habt ihr echt eine große Auswahl, um eben hier die ganzen Geschichten auch schön umzusetzen und ja, die ganzen Texturen an eure Vorstellung anzupassen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und ja, bis dahin, ciao, ciao.